Weil, ja, da muss man alles nochmal von vorne machen, Alter, ist doch abfuckt. Hörst du nur das Heulen, Alter? Der Wille zählt, ja. Holz hat mir da so ein paar Keys geschickt. Ja. Wer ist denn mit Guidewars 2 oder Terra? Terra ist auch free to play. Ne, 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 ja, free to play, aber du musstest dir ja natürlich einmal anschaffen, ne? Hat's halt Anschaffungsfrage. Du kannst es nicht einfach downloaden und dann zocken. Hm. Hm. Ja. Hm. Ja, nochmal gucken. Eotross, gut, tach? Ja, kannst du einfach drauf zurückkommen, so, wenn du Bedarf hast. Das mach ich noch, das mach ich noch, sag ich dir. Also. Ja, ja, ja. Friend Jungle. Ohlololololo. Friend Jungle ist richtig geil. Ich dachte, du wolltest jetzt mal Trunnel trocken. Was? Nee, Trunnel sein Aussehen ist ja noch nicht verändert. Geht top, wenn ihr nix dagegen habt, mit Pantheon. Ja, doch, save Posi Mitte. Hab ich, oder? Ja. 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 Doch, Terra ist vollkommen free to play, sagt er. Du alter, du alter Fiederlappen. Du alter, du alter Fiederlappen. Ich hab's mir ja geholt, da, bei Dings. Hä? Wattes? Ich geh denn unten fort, ne? Oh, gönn dir. Gönn dir. Kick dir. Ja, Dings, du warte ich jetzt Mitte spielen. Piss. Hatter. Akali. Snipse und Skycreeper. Ja, dann Akali. 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 Akata. Akali. Ja. Puls, Fire, Schwandel. Wie scheiße soll das denn aussehen? Hm. John zockt dann sofort, oder was? Ja. Okay. Okay. Mr. B-Crisis. Guten Tag So, ich geh jetzt nochmal die Niste von da an Also, ne, so hoch Aufwärts Harder Nerd, guten Morgen Deutschländer 361 Guten Tag Ja, guten Tag an euch Ah, woher weißt du, dass ich zuschaue? Ja, du bist im Chatraum Dir ist nix mit Inkognito? Ich sag's euch Du Nippelinspektor Jetzt hat er Angst Die Liste hat eigentlich jeder Wurde es enttarnt Als härtester Nerd Wenn ihr da unten auf Die Sprechblase mit dem Typen da drinnen raufklickt Dann habt ihr eigentlich die Userliste von denen Die gerade den Chat benutzen Brrtschen Guten Abend Es ist schön Ja, hallo Guten Tag erstmal Und jetzt gibt's erstmal Ne kurze Unterbrechung Denn ich möchte euch meine Website Affenklappe.de vorstellen Dort findet ihr nämlich Den YouTube-Kanal Mit dem Ankündigungsvideo Wann der Stream startet Und Gameplays Und Let's Plays Ihr findet dort auch Die Facebook-Seite Auf der ich täglich poste Wann und ob ich streame Die Turniere organisiere Oder auch Aktionen ansage Wie 24 und 48 Stunden Streams Und die aktuellen YouTube-Videos Werden dort auch gepostet Auf der Homepage Findet ihr eine Galerie Auf der ihr dann eure Witzigen Bilder Von irgendwelchen Screenshots Aus dem Stream oder so Posten könnt Das Gästebuch Und die Spendenregion Warum solltet ihr Affenklappe überhaupt unterstützen Ihr findet dort auch Den Teamspeak-Server Auf dem ihr joinen könnt Wenn ihr nicht gerade Irgendwelche Hobos seid Die irgendjemanden Vollspammen wollen Volltrollen wollen Oder weiß der Geier Weil dann werdet ihr Instant gebannt Aber das müsstet ihr schon verstehen Außerdem findet ihr Den Stream natürlich auch Auf affenklappe.de Ansonsten würde ich euch Noch empfehlen Wenn ihr da einfach Kein Bock drauf habt Joint den Chatraum In League of Legends Affenklappe Dort könnt ihr meine Signatur lesen Ob und wann Der Stream online geht Ihr könnt mir auch einfach noch Das ist natürlich Der einfachste Weg Ein Follower auf Twitch geben Dankeschön fürs Zuhören Mann es ist so chillig Alter Es ist einfach so chillig Weißt du Ich kann meine Eier Aber dabei schaukeln Und der ganze Scheiß Text Den ich vorher Einfach immer so Blablablabla Luft holen Blablabla Kann ich einfach so abspielen Mann Das ist der Hammer Du brauchst nur noch einen Der für die Spinn Koyal Guten Tag Und Danas Herzlich Willkommen In Wirklichkeit Sagt er es selber Jedes Mal Gleicher Betonung Joker sagt Affe Sag mal Adriano Anforex Dass er mehr sagen soll Jo Jo Sagt er Das war ja Schon reichlich Jetzt kann er auch schon wieder aufhören Das war so viel Zombie Brand ist richtig geil So weckt er mit So auf geht's Ach ja Psch Mh Koyal Kenne ich ihn noch Klar Affe Sag mal Die Katze Tritt die Treppe Krum Wenn man einmal Eine Einladung Von Claire Abgelehnt hat Wird man dann Vom Bot Nicht mehr gewählt Oder Nein Weil das ja Möglichst fair Sein soll Für alle Viewer Während eines Streams Keine Ahnung Wenn ich mal wieder So was längeres Machen Wie 24 Stunden Oder 48 Oder so Dann Lass ich den Also dann Restarten Restarten Mir den Bot Natürlich auch mal Aber ja Wenn die kommen Dann tot Elmax Lied Guten Tag J 110 420 04 Guten Tag Keine Ahnung Was das sein soll Geo A Irgendwas Soll das auch Diese Sprache sein Die Buchstaben Mit Zahlen Das falsche Rundseiten Ne Ich hab nur eine Rundseite So Ich bin Ich bin erst Level 29 Das weiß ich nicht Könnten wir vielleicht Auch mal einrichten Dass Der Bot dann Irgendwie sagt Ja herzlichen Glückwunsch Jetzt bist du eingetragen Oder so Das wäre schon echt Nicht uncool Aber Der ist ja gesperr Da wird dauer gesperrt Ja aber das Vielleicht können wir das machen Dass das nur für den User Der das gerade so Eingetippt hat Dass das nur für den erscheint Weil das wäre echt schon nicht schlecht Danke Achja Die Sprache Na ja Node Enzym Und Fighter Fall Guten Abend Es geht einfach nix über den Livestream von Affe Während man in Ruhe zu Abend ist So ist es Aber bis jetzt Sagt der Bot noch nichts Das heißt Du weißt nicht Genau wann du geedit bist Du musst einfach drauf vertrauen Vertraue Das Das herz der Karten Achso Dann gehe ich doch Er ist mein Rapper Warne Er ist doch schön low geworden Der Dingens Gerade oben Wort gestellt Mist bitte Du Frau taust niemanden in lol Nekros 455 Ich glaube ich guten Tag Zockst jetzt wieder aktiv LOL Na geht's Set LOL kann man nicht einfach so loslassen Das sag ich dir Ich komme top Er hat Wort gestellt Affe Wo denn? Ungefähr da Das ist scheiße Da komme ich nicht ran Dann komme ich nicht ran Kannst du ja trotzdem mal eng mit Brian Absolut Absolut Möchte ich mal treiben Okay Machen wir go Falt ihn Falt ihn Falt ihn Ich bin da Ja 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 Nice Fack das Ding So dann lutsch ich mir nochmal ein Level Ja Mach mal Großer Fehler Nocturl kommt runter Leute Ja Genau Diss ihn einfach Das ist ein ziemlich alter Shogazkin Bin ich der Meinung Genau Hier sieh Nicht das scheiß Roboter Viel Dirk Unter Zocker weiter drauf An dem Scream Deswegen Wunderbar Oh ja Machen wir die Loks Aber in ihrem kleinen Damage statt kommen Ja Irgendwann Ich geh back Dim 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 Was ist denn noch? Ich glaube Ich bleib noch ein bisschen Ja Klapp Iradio Hallo Dim 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 So was geht hier ab? Was geht hier ab? Wo ist die bitch? Ja hier hinten Wo ist SS top? Da ist er wieder Guild Wars 2 Ja Hab ich auch gespielt Da ist Nocturn Boah das hört sich ja richtig krank Was geht Was? Hört sich richtig ekel auf Oh Dankeschön Ja genau noch mehr Gehen wir hier hin Lass mal Nocturn Besucher Besuch Kannst du es auch mal streamen? Guild Wars Ich find das so langweilig weil Ich weiß nicht Bei den meisten Games musst du Max Level sein um PvP spielen zu können Das hat mich irgendwie immer Motiviert Nimm nicht der Michi Alias Betsy16 Wird Geh weg Schreibt HGDrop Echt geil Lass mich wie du spielst Könntest du Rattle von Bingo Spielen Scheiße Lass so langsam Ey Pachiot Ey er müsste jetzt aber Base Das heißt Ich kann nur Lückos Gunter Die Spieleleute Heute laufen eigentlich ziemlich Ausgeglichen finde ich Mal gewinnen wir Mal verliegen wir Ne So ich geh jetzt ab Huuu 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 Mother of God Nocturn kommt Soladoch Ich laufe schon weg Der liegt auch hier Ich laufe schon weg Loll Alter Und dann frisst der mich Der Fotze Nocturn kommt aus wie Botlane Aber ne Fick diiiich Zu ok Leona Zu ok Leona Leona hat ein Scheißer gerissen Alter Scheißdreck Du drogi Leo Du drogst Erstmal deine Scheiß Jaaa man ey Ich wollte dodgen dann schubst du mich da rein ey Du Luke Geh weg Sabotage Schubst du deine Freundin Irgendwelche Fallen rein Ey wer pustet denn da wie so ein Schlot Ich laufe Ich laufe das gleich Ich laufe das gleich Schubschrauber landeplatz Das war ja nicht Affen Style also Nächste Woche ja nächstes Wochenende Können Ende Du hast vor Ort gestellt Wo? Hier Reine Ja ist aber eine Magische Sicht Das heißt ich kann keines bestellen Nein Es ist noch gar kein Team dabei Heißt Also weil Die Anmeldungen und so auch noch nicht draussen sind Das werde ich morgen Übermorgen Überübermorgen machen Irgendwann so und ich hoffe über alle die teilnehmen wollen dass sie sich das auch ordentlich überlegen weil die mindestens wenn sie weiterkommen den tag wo sie spielen samstag oder freitag lol und halt sonntag da halt mit dabei sein ich sehe dass er hierhin geht und weiß daher gleich dahin läuft abgefangen die fotze sehr gut für dich ich hoffe auch dass alle teams die sich anmelden dann auch da sind aber sonst noch mal ich kann es ja noch mal sagen dann kacke ich hier hin wo katharina sich verarschen ich wollte reich drauf das heißt ja hobby los alter ihr macht bei einem turnier mit ich weiß nicht wenn wir bei dem turnier noch dein das game was du mir geben willst da mit reinbringen wenn das ein richtig geiles game ist ist das wahrscheinlich auch noch ordentlich was also wert so mitten in dem turnier was meinst du mich gerade ja ja ach so keine anderen nicht so wenn man da mal was als gutes bei rum holt ich denke das könnte sich noch lohnen da können wir machen ich weiß nicht wofür dich die china wort auf seine idee nicht legt daddy cool und ja wurde es das ist doch anfänger weiß ich spiel über garen oder gragas finde ich als abgeladen fand ziemlich geil hey katharina bist du da mal eben die nase geputzt man will mal dein leben ich dachte die weiß dass ich da bin und läuft irgendwie anders aber ich muss dazu sagen so oft spiel ich brand nicht also den stun ne also das üben wir nochmal da hab ich deinen spruch geklaut du muschi das zeige ich dir ja endlich hat er seine nase geputzt sagen wir weil ich putze die alle zwei minuten aber es bringt der dichtste der den lasten haben will nix klein holen wir uns hier ja das hast du schon nasenspray nasenspray ist ja nicht so als würde er es trotzdem hinterher kommen das erste main war amu mein erster main war trundle auf full ad oder meint nehmen ganz aller 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 erster main war ja jacks auf full ad mit zwei schatten klingen den ganzen krims krams warum höre ich mich immer so als wäre ich krank keine ahnung muss zufall sein hört mich daran liegen dass ich krank bin das ist jetzt gerade ist er wirklich krank er kommt mit katharina wenn ich mich nicht für die sich hier oben hat weil sich dreißig tränke was hier ist schon lock hier ist schon lock naja wenn ich mich hoch bitte stun eben du es schaffst ey okay so wo sehr viele tieren so wo sehr viele tieren dann packt wir auch noch oh mann wer was wo viele da war das gerade so gut weil die ulti zwischen kathlin und nok und dann kommt die mach sie nass alle mann und sie auch noch sie kann nix buuuuja ey für zwei habe ich auch noch resist gekriegt man ich glaube clear muss öfter pank sein ich glaube clear muss öfter irgendwelchen loopchamps spielen Начen richness hands Feyw säga nம gut job er kann dich να genau hm j j jo es ist freitag auf ortmuzykaaus und es ist Haus party time f там dunkeau wohnen wir jetzt t ja auch wenn drogen kommt gegen hard12 guten abend fach Also Leute, gleich gibt's Don't Starve Wenn ihr Bock auf solche Games habt, dann bleibt ihr mal hier Gebt mir ein Follow, meldet euch beim Chat an An alle, die da draußen sind, zugucken und nicht beim Chat angemeldet sind Leider könnt ihr diese Spiele nicht gewinnen, ohne dass ihr Ja, Mann, dann macht doch was LOL, ey, da hältst du den einfach auf, ey Das ist immer mal eine peinliche Aktion hier Du kommst nicht weg Der Ulti Einer kommt 1 Kette You ready? Go, die machen wir Ey, ey Pantheon Warte Oh, warte, warte, warte Warte Z sticking da lang Okay, jetzt weiß er, das ich da bin Go, 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 go Nein, weiter nicht, weiter nicht Doch, die Creeps. Und wenn schon. Was soll er denn machen, bitte? Der Awe. Schön. Komm, mitreißen. Lass mal kurz Tower pushen. Ja, komplett. Geht was zwei, hast du poppt auf, ey. Was nimmt Leona in die Hand, Alter? Ich geb ihr gleich mal was in die Hand, dann würdest du sie aber nicht mehr lachen, dann sag ich sie, ey. Dieser John, Alter, da wird er weinen, wird er weinen. Er und seine Leona, Alter. Wir müssen ja mal sorgen, dass du nicht nur fallierst, also. Six Quirrell, Gunther. Dann müssen wir dann mal wieder Bot-Ads. Lol, meine Einstellungen vom Mikrofon sind auch übelst laut, warum sind die so laut eingestellt? So müsste es richtig sein. Ne, das ändert sich von Minute zu, ne, nicht von Minute zu Minute, aber von Start zu Start, dass das irgendwie anders ist, keine Ahnung. Ja. 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 Ich weiß nicht, warum das so laut war, beziehungsweise laut eingestellt war. Ich flieg immer fast vorm Stuhl, wenn du losbrüllst. Dabei brüll ich so gerne, Alter. Geht ab, ja. 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 Ach ja. Kann nur sein, dass du jetzt wieder runterkommst, ne? Ja, Mensch, ich bin halt so ein LOL-Mensch. Keine Ahnung. Nein! Also denke ich, ist das verschmerzbar. Hä? Was passiert? Der Scheiß-Ulti von mir grad. Zu spät gecheckt. Die Luxe-Stand-Porten ist. Leona, tu was, Ulti! Du Stück! Du hast ja wohl. Davor, dass ich diesmal überhaupt mal reagierst. Oh Mann! Oh Mann! Auch da! Ich bin doch drauf! Was willst du denn? Ich hab auch meine CDs! Du Stück! Weiter! Katharin H! Was willst du, Alter? Ich war so gut, Mann! Ich war so gut! Ich war so gut! Ja, schluck das! Oh, jetzt muss ich mich mal verkriechen, ey. Herzlichen Glückwunsch! Zu deinem Win! Konzentriert man sich aufs Gameplay und dann haut's einen um. So muss es sein! So muss es sein! Das ist der gewisse Reiz, weißt du? Schluck das! Sag sowas leise! Ich krieg da ab nochmal Herzflimmern! Alter! Meine Fresse! Ich liebe sowas zu sagen! Ich fühle auch mit meinen Champions mit, das ist halt... Ist so. Schluck das! Jetzt muss ich mich verkriechen! Ähm... Das kann ich auch noch anders verstehen! Ähm... Das kann ich auch noch anders verstehen! Ähm... Warte hier... Dipp Dipp Dipp! Zauberpizza ist doch da, Mensch! Was hast du denn? Wieso hat er vorhin meinen Namen gesagt? Kannst du auch ruhig mich fahren! Ich habe deinen Namen gesagt, um dich zu grüßen! Um dich in diesem Stream herzlich willkommen zu heißen! Und schon hast du was geschrieben! Schon bist du wieder mit dabei! Ja! Skönpanda! EU-West! Guten Tag! Oh! 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 Immer ruhig bleiben! Get back, Alter! Gooo! Oh! Oh! Nee doch nicht! Huio! Huio! Oh! 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 Oh, tschüss! die du spenden kannst entweder über eine also so fürs turnier nämlich wenn du da sagst da tut das auf den preis mit drauf ich hau da 50 euro rein ins turnier bin auch nur in der ausbildung wenn du sagst du willst was aufs turnier aufhauen würde ich nur paypal annehmen weil es sicherer ist ich hatte da schon facet cards und dann ging das nicht die waren wir nutzen so und wenn du sagst hier so was weiß ich es gab auch schon wieder hat mir zehn euro gegeben und sagt hier du kaufst jetzt den und den skin und für sowas solche tolle aktionen toll spenden so bin ich dankbar darüber natürlich über jeden einzelnen euro stellt euch mal vor 200 leute spenden im monat 1 euro damit könnte man aber geben wir jetzt machen und preise organisieren alle dazu sage ich euch ich kann gehen alle ich ordner doch der will mich wer will mich der hat mich aber sie stirbt daran ich hab den stand schon wieder übelst was ist grund also was heißt den grund aber du musst mir sagen wofür ich das benutzen soll wenn du spendest das habe ich eigentlich sehr gerne dass die leute mir sagen wofür ich das verwenden soll dann ist das völlig okay paysafe card oder paypal vielleicht gibt der affe es für pornos aus ja also wenn du sagst ey affe hol dir einen ordentlichen porno davon ja dann bin ich gleich unterwegs hol dir einen ordentlichen pricehers account nee du musst auf affe.de gehen und unter der spenden region findest du eine erklärung wofür ich das dann so alles nutzen würde könnte ich bin aber bei 28 warum zu rennen die haben wir noch ein bisschen abdenten, zum Beispiel, oder bei der 10 stören wir! Von mir! Ja, so krott'n low, man! Hauptsache der flasht! Oh yeah, 100% flasht! Wenn wir jetzt 10€ PSC gibts! Können wir jetzt nicht einfach Ende machen! Sturmkosten, Alter, klar, aber dann hab ich auch die ganze Zeit! Die Rotznase redet gar nicht schwer! Alter, Clear ist echt so ne Rotznase, ey! Rotznase! Huyaaah! Oh, der sitzt... Huyaaah! Wieso fokust ihr den Tank? Weil wir scannen dann, wo? Weil er einfach so LOLtouch mitnimmt! Bot dein pusht! Top dein leider auch! Fress! Loool, der hat dich nicht fressen können! Huah! Hu! Ja, wie der Brand hier an der Seite stand, Alter, so skillig, so... Ja, ich muss sagen, ey! Nein! Die Reiter runter! Oh, komm her! Na ja! Warum rennst du weg, ey! Wie kriegt man das eigentlich hin, mal mitspielen zu können? Du trägst dich einfach beim Bot ein und dann, ähm... musst du nur ein bisschen Glück haben! 자신it zu bedenken... Aaaaah... So, lose 53 Antwort... Er grüßt den Prophet zurück! Den Gaming Hunter... mit den Auger als abt... ... absolut geiler Beat... Hu... hu 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 huu... P crown! Ja, Glück! Glück, Glück. Ja, wobei Frauen gibt es einen Titten-Bonus. Zumindest kommt mir das so vor. Zumindest der Bot ist männlich, ey. WTF? Toll, ass. Das war aber ziemlich geil, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ein wenig. Ich weiß, guten Hunder. Hast du nicht gesehen, dass der dir da einen Ward ins Gebüsch gestellt hat? Ähm, ne. So die Details können mal verfliegen. Aber ausstehen, dann bin ich gleich in der Base ohne Toten. Du musst jeden Stream neu, also jedes Mal, wenn der Bot neu startet, muss man sich neu eintragen. Wenn du es jetzt vor einer Woche gemacht hast, ist natürlich jetzt ganz schön. Hade Nerd. Hade Nerd. Du musst nicht jeden Bot neu eintragen. Kann man mich nicht so Dauer eintragen? Ja, so ein Abo. Sag es doch. Wir sind zu zweit hier, Alter. Wir sind lebendig, Alter. Also mir war das klar. Keine Ahnung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, was geht ab? Was geht ab? Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein. Oh. Komm here. Den stun hab ich aber gar nicht verschissen, Alter. Ja, sag ich euch. Und jetzt hier noch einen stun rein. Und ÄO here. Hier, und N�� art. Oh, ли ich sie kaputt mache, Alter. donorschen. Ziegt sie euch rein, Alter. Ziegt sie noch rein. Und jetzt holst du mir die hier rein, Alter. Wenn du mir... Gib sie mir. Ey, was soll das, Leon, du Stück? Oh, dieser Ezreal, Alter. Was? Rapport, der spielt nie wieder mit, Alter, der spielt nie wieder mit, ey. Dieser Useless. Oh, wie ich gut war. Obwohl ich den ersten Stun voll verfehlt hab, Alter. What the fuck, Alter. Oh, wie ich gut war. Hä? Warmer. Wer ist down? Wer ist down? Garibaldi, hallo. Wer ist down? Ja. Der Pantheone. Dieser hässliche Garibaldi-Gunter. Das freu ich dir jetzt nicht so hart an. Na. Cool, bitte. Flir, geh bitte feeden. Ja, geh weg. Alter, du bist Kanonen-Futter. Oh, 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 oh. Muss ich da wieder hingehen? Wegen dir, du Lappen. Komm her! Oh, wei, oh, wei. Oh, yeah, wei. Mit Freiheit abweg' ich doch einfach. Chemical. Pentakill. Komm her, Katharina. Mach noch mal einen hier rein. Und da, da, da. Hier, 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 hier. Komm her. Den machen wir nass. Pentakill. Oh, schade, Mann. Oh, leck mich am Arsch. Du gehst kaputt. Oh, lol. Dieser Astral, Alter. Doch an der Zeit. Man, aber trotzdem hättest du Pentakill gehabt, Mann. Wenn ich 20 AP noch in die Tower Range laufen soll, in den Showground rein, war echt ein Triad Pentakill. Mann, du hättest eventuell einen Pentakill haben können. Scheiß drauf. Das war der Triad auch zu weit weg. Oh, der Pentakill wäre so geil gewesen. Musst du abhaken. Musst du abhaken. Boy, das wäre ein Pentakill mit zwei AP gewesen. Weil ich bin mit zwei AP da rein und hab sie gefickt. Und ein Brand, der dich unterstützt hat. Macker. Oh, 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 oh. Ach, komm, die drei, drei Damage da. Oh, machen wir ihn nass. Okay, dann nicht. Machen wir ihn nass. Alter. Oh, 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 hey. Ulti und noch ein Kuh. Ah, sie haben Angst vor mir. Ich bin Brand. Brandgefährlich, sag ich. Brand, oh. Oh, da geht's los. Oh, komm her. Leute, Jenner Flash. Brandgefährlich. Scheiße. Ey. Die Jenner hat eben noch geflasht. Habt ihr das gesehen? Ja. Jenner Flash sich erstmal. Ich wollte mich unbedingt töten. Ich wollte mich unbedingt töten, ey. WTF. Erstmal Ravadons gegönnt, Alter. Erstmal Ravadons gegönnt. Du hast ein alter Face-Roller. Ein alter Feederlappen. Oh, da bist du hin. Oh, hier guckt der Arm von ihm raus. Ja, das ist der neueste Skin von Brand. Moment. Dieser Zombie-Brand. Oha. Brandgefährlich. Look down. Fiona push the top lane. Gefrier-Brand ist brandgefährlich. Der Pressure ist auch Gefrier-Brand. Der ist gut gefährlich. Wenn der so weitermacht. Sieht aus wie nicht die Lauter. Komm her. Oh, wei, wei. Doch nicht. Doch nicht. Warte, zeige ich dir gleich Snipse. Ich will eben die Liste durchgehen, ob ich noch wen hier habe, der noch nicht Bescheid weiß. Das Affe alle grüßt. Hallo, die wir nutzen. Royal Rider. Guten Tag. Herzlich willkommen. Warte, bin ich jetzt schon beim Rap-Buff? Oh, ich bin schon da. Zocken für Horschi und mich. Wir haben zwar die Runde verloren, aber wir sind abgegangen zum Lead. Das war's wert. Weiter so. Also, ich habe hier den Job. Kannst du hier auf empfohlen. Und hier auf alle Gegenstände. Das sind die zwei Optionen. Na bitte, sag ich doch. Boah, pass auf. Jetzt gleich krieg ich eine Ult ins Gesicht. Oh mein Gott. Das ging ja relativ schnell. Geil. Geil. Oh oh. Oh oh. Na egal. Also, schickt mir einen Link zu YouTube. Genau. Der macht echt geile Musik. Ja, du kannst ihn mal gerne auffordern. Ja, du kannst ihn mal gerne auffordern. Auf Facebook. Oder hier. Hallo. Seit Stunden bin ich schon beim Rap. Willst du mich verarschen? Shadow Soul. Guten Tag. Oh, du machst gar nichts anderes. Was mach ich? Leute, ihr müsst jetzt mal irgendwie krachen oder so. Mach den Turm ja weg. Ah, ich krieg gar kein Aggro. Oh 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 oh. Oh oh. Oh oh. Dafür falte ich voll den Shit drauf. Genauso weitermach. Überhol ich den F noch beim Fahren. Ihr kleinen Bitches. Lasst mich sterben. Hätte ich aber noch... Ey, ja, ja, aber... Was das Leben nicht verdient. Ey, hätte ich noch ein W. Hätte ich ein W gehabt, Alter. Dann hätte ich die Übels geklatscht. Das sag ich euch. Aber mein W war leider nicht ready, Alter. Die standen alle auf einem Fleck. Hätte ich meinen W gehabt. Wären mindestens zwei gestorben. Puh, bitte. Alter. Alter. Die hat sich erstmal schön vor mich sportet. Jeder rennt weg. Der Affe dreht um. Ich bin Chip Red. Alter. Ich geh jetzt halt einfach nur noch für 15% Life up. Wenn ich auf alle Gegenstände gehe, ist trotzdem so eine Dreierreihe. Ich hab doch die geprüft. Der will gut sein. Kann ich auch bei denen in der Base kaufen. Probier's aus. Ja, ja, wer weiß, wer weiß. Ob da kommt jetzt eine Ulti? Ja, geh weg, Alter. Nein, 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 nein. Also unterschätzt die nicht. Es steht ja nur 38 zu 18. Und die Kata hat, glaube ich, das Gefühl, die 40 gilt. Die Hälfte. Ja. Oh, und ich renne voll rein, Alter. Ende der Uralten. Stefan, ihr händler's noch. Na, wenn ich einmal reingehe und dich gerade unterbrachen werde, dann klappt das schon. Du wirst immer unterbrachen, weil da sind schon gerade dabei. Müssen wir uns alle treffen, Jens. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Ben, durch die Fallen, bitte. Ich komme, Andy, let's go. Ja. Laute Musik, Haus. Live in der Mitte. Wollen wir jetzt mal GG machen hier? Ja, wäre echt sehr mit einverstanden. Verstanden. Bevor Claire schon gesagt ist. Oh, oh. Das Brent. Oh, 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 oh. Was denn? Ja. Ganz. Stimmt. Push top, oder was? Oh, 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 oh. Das Claire. Da, 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 da. Oh, jetzt kommt die Ult. Jetzt kommt die Lux Ult. Shoot. Oh mein Gott. Dann. Wollt auf jetzt, spring hier rein mit Pan, komm. Tut mir leid. Komm, 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 komm. Ist schön, dass ich nicht dabei bin. Das ändert doch sowieso schon den ganzen Game nicht. Oh, warte, 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 warte. Hä? Hau ab. Auf, 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 die. Siehste, was ändert hier was nix, hä? Was ändert hier was nix? Hau. Siehste. So. Fake GT. Hab ich geklirrt, hab ich geklirrt. Ja, jetzt mach Anne. Was für ein Behinder für's Spiel, ey. 4.000 Gold. 2.000 Gold. Michael, aus rein. Ich will doch schnell einkaufen, hört mal auf zu behelten. Let's go. Die sind nass. Die sind nass gemacht. So Leute, jetzt schenke ich euch den Ball. Don't Starve. Wenn ihr Bock drauf habt und Don't Starve haben wollt, dann meldet ihr euch jetzt beim Chatraum an. An alle da draußen, die hier zugucken und nicht im Chatraum angemeldet sind, beziehungsweise bei Twitch nicht angemeldet sind. Meldet euch jetzt bei Don't, ah, bei Don't Starve an, halt. Meldet euch jetzt bei Twitch an. Joint im Chatraum. Zurück auf.